An der Fritzbox lassen sich alle gängigen Telefone einfach und mit vielen Komfortfunktionen betreiben. So bietet die Fritzbox Anschlüsse für analoge Telefone, Faxgeräte IP- und ISDN-Telefone und sogar für Türsprech- und Telefonanlagen. Die Geräte der Fritzfon-Familie sind optimal auf die Fritzbox abgestimmt. Aber auch schnurlose Modelle anderer Hersteller lassen sich dank moderner DECT-Basis mit wenigen Handgriffen einbinden. Die Verbindung zur Fritzbox ist aber übrigens ab Werk sicher verschlüsselt. Über die Benutzeroberfläche der Fritzbox richtest du ein neues Telefoniegerät ganz einfach hier ein. Wähle zunächst aus, welche Art Telefon du verwenden möchtest. Hast du ein analoges oder ein ISDN-Telefon an die Fritzbox angeschlossen, wähle hier die verwendete Buchse. Auf die Verbindung von DECT-Telefonen oder IP-Anwendungen, wie beispielsweise unsere Fritz-App Phone, gehen wir in eigenen Fritz-Clips genauer ein. Gib dem Gerät hier einen Namen. Du findest es später unter derselben Bezeichnung leicht wieder, zum Beispiel wenn du eine Rufumleitung einrichten möchtest. Im nächsten Schritt wird der Anschluss des Telefons an die Fritzbox überprüft. Klingelt das Telefon, kannst du ihm im folgenden Dialog eine Rufnummer zu ordnen. Entscheide zunächst, mit welcher eigenen Rufnummer von diesem Gerät Gespräche geführt werden sollen. Die Einrichtung von Rufnummern wird ebenfalls in einem Fritz-Clip besprochen. Alle zuvor angelegten Rufnummern stehen dir dann hier zur Verfügung. Zum Schluss legst du fest, ob das Telefon bei Anrufen auf allen verfügbaren Rufnummern klingeln soll oder ob du mit dem Gerät nur Anrufe einer bestimmten Rufnummer annehmen willst. Und das war's auch schon. Auf dieser Seite werden deine Einstellungen noch einmal zusammengefasst und du kannst die Einrichtung abschließend übernehmen.